Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemüse oder Blumen selber aufziehen, das macht einem doppelt Freude. Ganz praktisch dazu sind die Kleintreibhäuser. Man kann sie so abpflanzen oder in diesen vier Schalen. Dann gibt es noch die Saatbox. Es gibt sie in den grossen Coop-Center und in den Coop-Do-It-Yourself-Geschäften. Jetzt ist es schon wieder Zeit zum Selber-Ansehen und bei Coop finden Sie ein grosses Angebot an qualitativ hochwertige Sämereien unter den Vertrauensmarken Holaflor. Es gibt 175 Sorten. Von der Sonnenblumen über Coop-Salat bis zur Kresse. Coop unternimmt alles, damit Sie auch wirklich ernten können, was Sie gesehen haben. Das fängt an mit einer umfassenden Konsumenteninformation, wie sie Ihnen nur Coop bieten kann. Auf jedem Samenpäckchen steht das genaue Verkaufsdatum, wie viele Pflanzen es vom Inhalt gibt, den Platzbedarf und eine genaue Pflanzanleitung. Und da werden Sie genau informiert, wenn Sie mit dem roten Streifen ansehen können und wenn gegerntet werden kann, das sehen Sie am gelben Streifen. Die Holaflor-Samen von Coop garantieren Ihnen höchste Qualität, denn Sie werden im Labor ständig auf die Keimfähigkeit geprüft. Und das Wachstum wird in speziellen Versuchsgärten genau kontrolliert. Apropos Wachstum. Damit Ihre Pflanzen, wenn sie grösser sind, immer genügend Nährstoffreserven haben, nehmen Sie am besten den Holaflor-Flüssigtünger von Coop. Eine ächte Coop-Leistung in Qualität und Preis. Sie sehen, Coop unternimmt alles um Qualität und die Information vom Konsument zu garantieren. Oh, was sehe ich denn da? Nehmen wir einen Schluck. Fabelhaft kann ich da nur sagen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Coop gibt es jetzt den Äpfelsaft besonders günstig. Aber schauen Sie auf die Etiketten. Den Äpfelsaft naturrein, den Äpfelsaft naturtrüb, Äpfelsaft gespritzt oder auch bekannt als Äpfelsprudel und den Grafensteiner. Mit Äpfelsaft von Coop löschen Sie jeden Durst und günstig auf natürliche Art. Denken Sie daran, das nächste Mal in Ihrem Coop-Laden. Und jetzt, auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Liter Dorina Sonnenblumenöl statt für 4.65 Franken für nur 3,95 Franken. Ein Flakon Palmolive Baby Shampoo kostet statt 3,20 Franken nur 2,30 Franken. Und die Motei Shampoo statt 3,40 Franken nur 2,70 Franken. 500 Gramm Excellento Bohnenkaffee kostet bei Coop statt 5,90 Franken nur 5 Franken. Und 250 Gramm statt 3,20 Franken nur 2,70 Franken. Und 225 Gramm Espresso statt 2,50 Franken nur 2 Franken. Bei diesen drei verschiedenen Teigsorten sparen Sie je 20 Franken. Jetzt gibt es Tafelbutter besonders günstig. Bei 100 Gramm sparen Sie 25 Franken und bei 200 Gramm sogar 50 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kostet der Tiroler Cake statt 2,95 Franken nur 2,40 Franken. Und 2 Liter Orangensaft Happy Day statt 2,40 Franken nur 1,70 Franken. Als aktueller Preisschlager Damenknie Strümpfe in 8 Farben. Zwei Paar für nur 1,80 Franken. Auf Wiedersehen. Zwei Paar. Du bist hier. Du bistrap.